Sie sehen hier ein Chetra-Loop-System. Dieses Produkt ist ein Versorgungssystem für doppelwirkende Gleitringdichtung. Interessant in den Bereichen Eul- und Gasindustrie, Raffinerien, Petrochemie. Drei besondere Vorteile zeichnen das Produkt aus. Personal unabhängige Überwachung, Monitoring, permanente Drucküberlagerung, TH-Luftkonform, zusätzliche Sicherheitseinrichtungen über Blasenspeicher. Der Hauptnutzen für den Kunden ist der Schutz der Gleitringdichtung, gleichzeitig damit Standzeitverbesserung. Mein Name ist Hans Rabel. Ich bin Vorstand der Chetra Dichtungstechnik AG.